So ein herzliches Willkommen zurück meine Freunde ich bin es wieder euer EasyStyle bei Let's Play Ground Zero Metal Gear und ja wir haben Chico gefunden haben ihn betäubt und ja bevor ich ihn jetzt raustrage will ich noch gucken nach vorne ist ja auch noch so ein Gefangener was der zu sagen hat auf der anderen Seite das muss ja auch noch was bedeuten habe ich gerade aufgegeben nein es ist nur das Gewitter guck mal was der kann man auch austragen okay kann auch austragen aber ich klicke erst mal hin okay so ist nur die zwei wo ich heraustragen muss der Rest ist Wurscht okay nehme ich erst Chico dann ist mir egal Chico ist wichtiger komm Chico gehen wir gehen wir nach hause boah der ist aufgemacht fuck weg 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 macht er denn auf der draußen ist auch wach schlaf ein mein gott scheiße verdammt das maul schlaf jetzt endlich ein so ein schuss das ist scheiße geil wir nehmen dich jetzt mit Chico wir müssen wir wollen nicht so lange schlafen wie ich es will gehen wir stimmt ich muss jetzt erst noch markieren dahin bitte darunter okay oder da ist er noch da ist er noch oh fuck da bin ich gesehen da bin ich gesehen da bin ich gesehen wir schaffen das wir bringen Chico heim wir haben es gleich Treffpunkt Chico guck mal wie es ihm geht es ist er noch das so ich weiß aber ich habe also das macht ich glaube und ich bin aber Okay, now use your eye droid to call the chopper for pickup. What? Ich soll? Ich verstehe es nicht. Ach, weiter geht's. Oder, ach, da oben. Komm mit, Chico. Ein Pest tot ist. Hä, jetzt muss ich oben rum, oder was? Willst du mir jetzt verkackeiern? Nee. Muss hier. Hier muss er hin. Komm. Oh Gott. Chico? Okay. Und jetzt? Cool. Legge das Ziel in den Hubschrauber. What? Hubschrauber? Verarschen. Ja, ach ne. Legge das Ziel auf den Chopper. Ist hier ein Hubschrauber? Ich bin blind. Hä? 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 Was?! Waaat? Nee, da bin ich gelandet, aber das ist nicht mein Zier. Chico per Heli rausholen. Ach nee. Was?! Okay. On your feet. Okay. Chica was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. Und eine Flagge. Muss sein näher dem Heliport. Eine Gange. Eine Gange. Okay. Du hast die Tape auf der Rekord, während er geblieben war. Versuch, was du hörst, um Paz zu finden. Wenn du noch nicht sicher bist, hör auf die Tape wieder. Boah, fast. Ja, ich weiß, dass wir draushauen müssen. Und wo ist der Hubschrauber? So, der Hubschrauber ist... Hier. Gut. Ich bin sehr entschuldig. Ich bin sehr entschuldig. Ich bin sehr entschuldig. Also, klettern können wir schon mal nicht. Das ist scheiße. Oh, Leute. Das Problem ist... Ich habe keine Muni mehr. Da sind... Weiß da eh das Leute. Warte. Zwei Stück an der Zahl. Die jetzt umringen. Okay. 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 Fuck. Fuck. da hinten müssen wir hin natürlich geil da kommt der nächste kriegen wir den auch so platt freut sich doch nur kommt er da nicht mehr hoch, oder? hoch, komm die haben wir so platt gemacht komm hoch, komm gar nicht so einfach wo ist da der heli? alter da vorne ist doch einer wo laufe ich total die falsche richtung da ist der heli, da muss ich hin nein, da muss ich nicht hin hä? zur landezone wahrscheinlich wieder die mehrere landezone ich muss zu einer landezone hin wahrscheinlich der helipad, das match ist chico's tape fuck ich kann doch schießen, weil ich... verdammt verdammt das ist doch unfair jetzt sterbe ich auch noch ja, was soll ich machen verdammt der war doch gar kein Hubschrauber die verarschen mich ein bisschen oh, jetzt kann ich das alles nochmal machen oh, jetzt kann ich das alles nochmal machen hm ok ok ok, da bin ich einmal rüber gerannt ok ok ich muss zum Hubschrauber ich muss kurz absetzen schlaf oh, jetzt kommt der hier vorbeigefahren sind immer besser super super geiler scheiß geil na ja, genau steigt genau da aus mitten auf den Berg ja, hallo lauft er mal oder ja du bist okay okay f*** ok ok lasst uns rüber lasst uns rüber wau ho wau wau du bist Euch leute ok Ich wünschte ich war tot. Es wird angeleuchtet. Nicht gut. Ich lege dich mal hier ab. Kommt einer. Schlapp doch ein. Er schläft nicht. Ja genau. Scheiße man. Verdammter Scheiß. Da ist auch einer. Kann auch mit dem nichts. Das ist ja übelst schwer. Leck mich am Arsch meine Freunde. Ist ja übelst schwer. Weil überall sind Leute. Mit dem Double auf dem Rücken. Der wünscht sich sein Tod. Soll er sich umbringen. Ich bin jetzt auf einmal. Und jedes Mal starte ich woanders. Schlapp. Marco entfernt. Marco entfernt. Marco entfernt. So und nun? Ich bin weiter hinten gestartet. Muss ich nicht verstehen oder? Schlaf halt nicht ein. Schlaf doch ein Mann. Dein Problem. Dein Problem. Mein Gott. Dein Problem. Dein Problem. Dein Problem. Zuphil das. Schlaf da. Dein Problem. Dein Problem. Dein Problem. Dein Problem. Schlaf das. Dein Problem. Abhauen. Oh, wir haben es doch überlebt. Oh ja, genau, mitten rein legt er ihn. In den Hubschrauber, ja, super. Wo sind die jetzt? Da war einer. Ich bring die alle um, ist mir egal. Wo denn? Wo denn? Hä? Wo denn die alle herkommen auf einmal? Noch nicht mal tot. Stirb! Was? Stirb! Stirb! Nachladen! Das geht ab, ja, muss man sagen. Das geht ab, ja, muss man sagen. Wo denn? Ja, ich springe halt vor meine. Immer noch nicht alle tot. Unglaublich. Da kommt wieder einer. Das ist doch unfair. Ich kann ihn nicht mal ablegen. Das ist doch krass. Ich habe keine Chance, den abzulegen. Und dann kommt wieder 100 neue. Ich bin ein Versager! Ah! Snake! Na egal. Würde ich mal sagen. Das war es wieder mit diesem Part von Metal Gear Ground Zeroes. Mal gucken, ob ich den nächsten Part endlich schaffe. Ob ich den Trick raus finde, was ich genau machen muss. Man versteht es nicht. Sag nur, lege den Hubschrauber. Ist aber gar kein Hubschrauber da. Der fascht mich doch irgendwie ein bisschen. Naja. Egal. Man sieht sich im nächsten Part. Lasst eine Bewertung da. Und ich bin raus. Tschau! Musik